Uns ist natürlich auch da ein Sturm von Herzen gefallen, weil es war wieder ein wichtiger, wichtiger Sieg für uns. Einfach das dritte Spiel oder der dritte Sieg und ein ganz schwieriges Spiel. Nach der Woche Pause, die wir im Rund freiwillig gehabt haben, in der ersten Halbzeit war man eine gute Chance, ganz schön am Anfang von Czagi gemacht, wenn er seinen Freistoß auf der Watt ausschießt. Sonst haben wir uns relativ wachgetan, wir haben zwar die letzten Bälle recht gut hingespielt, es ist aber noch nie richtig, ganz, ganz, ganz gefährlich geworden, weil wir einfach nicht gut zum Abschluss gekommen sind. Und im Endeffekt hat es gerecht, eigentlich das 0-0 nach der Pause gegangen ist. Die zweite Halbzeit war es natürlich dann auch wieder weiter schwer. Und wir haben gedruckt, gedruckt. Wir haben aber nicht mehr so viel zwingende Chancen in der zweiten Halbzeit gehabt. Zum Glück, dass der Martin nachher mir den langen Ball leinten. Ich spielte über der Verteidigung und der Mann verschätzt sich auch ein bisschen. Ich bin zufrieden, außer ich kann den Ballonetto machen und kann zum Glück sonst nicht schließen. Das ist ein tolles Erlebnis heute, 1-0 dort am Schluss zu schießen und wieder ein 7 anzutieren. Das freut mich besonders für alle, die heute hier waren und so unterstützt haben, wie er jeden Tag spielt.